Ich bin Müllmann, deshalb stelle ich auch extra die Tonne laut weg. Ich bin Müllmann, natürlich ist Orange meine Lieblingsfarbe. Ich bin Müllmann, natürlich ist mir die Mülltrünung sehr geil. Das sind Müllmänner, natürlich blockieren sie zu jeder Uhrzeit die Straßen. Ich bin Müllmann, natürlich ist der Song Die Sechs von der Müllabfuhr unser Lieblingssong. Wir sind die Sechs von der Müllabfuhr, Müllabfuhr. Wir sind die Sechs von der Müllabfuhr, Müllabfuhr. Drei Dinge, damit die Arbeit für uns einfacher wird. Erstens, aufpassen wie man parkt, nicht alles zuparken, nicht in der Kurve parken, Wändeplätze nicht zuparken, nicht an Kreuzungen parken, zweitens, nicht am Gehweg überholen, Fußgänge auch nicht vor der LKW laufen. Aufpassen immer, der Fahrer kann auch nicht alles sehen. Drittens, die Tone sichtbar an den Straßenrand stellen, damit wir sie auch gut erkennen können. Müllabfuhr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020